Wenn du schon lange im Kern eines Multisport-Anlases mithelfen wolltest, dann bist du bei uns im Sport-Command-Center genau wichtig. Denn dort laufen alle Entscheidungen der sportlichen Wettkämpfe durch. Was passiert z.B., wenn so ein Wettkampf verschoben wird? Was hat das für Einflüsse auf alle anderen Abteilungen? Ja, dort behütet ich mich mit dir. Und darum suchen wir genau dich, wenn du kommunikativ bist, gerne koordiniest und eine grosse Affinität für Excel hast. Für den Verkaufel Einflüsse auf alle anderen Abteilungen Wenn du schießt, dann kannst du nicht auszifizieren. Wettbewerb 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 Wettbewerb